so wir sind jetzt hier gerade auf der weser unterwegs und zwar mit richtig speed also das boot läuft jetzt viel besser als vorher also ich habe jetzt hier vorhin 25 km h geschafft also locker aber ich muss noch das gewicht etwas verteilen und zwar muss ich noch weiter nach vorne also merkt das richtig wenn das boot dann raus steigt dann geht es richtig ab also wie gesagt 25 km h locker jetzt mit der einstellung bin ich sehr zufrieden also merkt man richtig dass es vorwärts geht ist auch hier alles schön schöne umgebung boot fahren macht spaß ja ich mach nochmal um so sieht es jetzt gerade aus los geben wir mal gas was ist jetzt vollgas und zwar gegen die strömung also volles programm gegen die strömung also der prasung läuft eigentlich super da gibt es nichts muss aufpassen wenn er dann mal kurz ich würde es vielleicht nicht ganz so hoch machen vielleicht zentimeter tiefer man merkt dass wenn er jetzt die trimmung eingeschädert dass das ab und zu da mal luft zieht und dann ist vorbei aber wie gesagt es ist ganz anderes fahren als vorher ganz anders einfach nur super sehen jetzt die weser lang gefahren ungefähr 20 km von hannmünden aus gestartet und jetzt haben wir ja gerade gegen die strömung es ist echt nicht ganz anders als vorher ja gut das soll es erst mal gewesen sein boot fahren macht spaß gut alles klar macht's gut ciao ciao gut